Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und erstes Abendbrot kommen wir nach Haus. Johnny, der fühlt sich wie Christoph Kolumbus und er hat sogar einen Bart. Vor all den Gefahren der christlichen Seefahrt warnt er mich vor jeder Fahrt. Das Küssen am Wort ist verboten, ich sage dir auch warum. Das Boot ist eine Konstruktion, die kippt beim Küssen um. Na und? Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und erstes Abendbrot kommen wir nach Haus. Wir haben kein Segel und keinen Motor und keine Kompöse, oh nein. Wir schaukeln mit Liebe und sehr viel Humor ins große Glück hinein. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und erstes Abendbrot kommen wir nach Haus. Johnny ist mutig und stolz wie Lord Nelson, auch noch bei Windstärke 3. Brausen die Stürme und Pleck schockt der Regen, ruft er verwegen. Und sollte die Luft uns entweichen, so so, ja das nimmt er gerne in Kauf. Die Fahrradpumpe ist im Boot, und er hat der Pumpes auf. Na und? Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und erstes Abendbrot kommen wir nach Haus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und erstes Abendbrot kommen wir nach Haus. Johnny, der fühlt sich wie Christoph Kolumbus, und er hat sogar einen Bart. Vor den Gefahren der christlichen Siegfahrt, warnt er mich vor dieser Fahrt. Aha! Das Küssen an Wort ist verboten, so, so! Ich sage dir auch warum, ah ja? Das Boot ist eine Konstruktion, die kippt beim Küssen um. Na und? Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und erstes Abendbrot kommen wir nach Haus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und erstes Abendbrot kommen wir nach Haus. Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und erstens Abendbrot kommen wir nach Haus Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, mit diesem Gummiboot fahren wir hinaus Er hat ein Knall, rotes Gummiboot, und erstens Abendbrot kommen wir nach Haus Vielen Dank.